Musik 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 Jetzt erst? Bruder, tust mir leid Um jetzt erst drehen, der hat auch so viele Klicks, ne? Äh, die haben jetzt zweiten Bogen Nice Ablenkung, Kevin Wird die so schnell noten können Ja, die sollen jetzt einfach auch Okay, also für die Scherke sparen, oder so, und dann haben wir's auch Sonst sollte haben die Okay, Scherke Ach, die unalter, ich werd die ganze Zeit geknappert von denen, ne? Ich spiel grad wieder rein zu Bogen Ja, ich spiel aber auch wieder rein zu Bogen Nein Nein Ich geh nochmal auf Gold, ne? Ich bin ja asozial Ah, wie sie spammen, ey Mit der E-Prinner Ich hab ne Nachricht Schreibt Schreibt Kai, schreibt mir Kai, schreibt mir Legt euch nicht mit Ossis an, irgendein Bild in die Gruppe von Köln Oh nein, die sind jetzt Bogenmitte, ne? Ich hab nochmal 4 Gold gesafed und einiges an Eisen Mh Also wenn du willst, mach die Fulikon mit Bogen Soll ich Bogen machen, oder so, in der Base? Ja, mach ruhig Wir haben das tatsächlich nicht geschlossen Bruder Also 4 Gold sind aus der Mitte nochmal weg Der baut sich Bau-Base Das macht der jetzt nicht unirren Mann, Alter Ich hab ihn Perfekt, hast du 13 einen gemacht, oder was? Ne, ne, wir waren noch einen da oben Oh, Ehrenmann, Alter, Gold gesafed Oh, die haben 13, ne, doch nicht Achtung oben, Mitte Bei Nils 28 Gold Nice Können eigentlich EP stärker reinhauen, aber Ich weiß nicht Ich geh einmal nochmal Eisen saven Bei dem anderen Ab Nils, Ab Nils Oh mein Gott Dann komm ich jetzt mit EP Oder? Ja, dann mach ich mir aber auch Fulikon Ja, dann mach ich mir aber auch Fulikon Also wartet, ich lenkt ab, ihr macht euch Fulikon Ich komm danach mit Fulikon Wir saven nochmal Gold Ich mach mir jetzt einfach auch direkt Fulikon, sonst Ich krieg den eh nicht Habt ihr Waps dabei? Warte mal Äh, OP-Weg, ne? Hast du Bow dabei? Ja Oh, Kevin Bist'n Gott Soll ich Bogen mitnehmen, oder? Kevin, hast du das ganze Gold gemacht? Okay Okay Äh, ja Kevin, dann auf geht's, komm Ich bin auch hier, ich lebe dich low Äh, ja da oben kommt jetzt halt einer zu euch Ich weiß nicht was der alles hat Hab ihn Nils Ne, Zestri Also einen noch Niku, jetzt mehr in der Base Nils 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 Nein Das hättest du eher callen können Das hättest, äh Bro, die, die hatten oben Anti-Spawn-Trap Ich hatte die eigentlich fast im Web Hast du da getrafft? Habt ihr getrafft? Habt ihr getrafft? Boah, Bro Auf einmal kam einer von unten noch Eigerlich, Alter Ich hab halt drauf gehittet auf den Spawn So die Spawn Und auf einmal... Wir haben jetzt gar kein Gold mehr gehabt, ne? Ja, ich hab sieben Gold gesaved Den hab ich halt gar nicht gegeben Ja, hättest du den gehabt, hätte ich den Spawn-Trap komplett ganz gemacht mit Web Und dann wäre alles fit gegeben Einer ist bei Rot Der saft da irgendwas Eieiei Junge, der hat so Glück, ne? Ja, der saft Eisen Gib mir das Gold, wenn du's hast Ich save, ich hab auch Eisen Okay Irgendwider 11 Gold, das passt erstmal Ne Freundin von mir Ja, mal mit Gammel zusammen Mal schreiten Ach ja, fick mal bitte die Rosen, dass sie oben sind Haha Oh man Oh, ich kack mich an Nein Oh mein Gott Nein Bruder, das ist ne Aids-Runde, da gehört Gold dazu Wie sollen wir denn... Wie soll denn ein Team das bänden ohne Gold? Ja, jetzt mal ehrlich Ja, Schafe reinhauen, ne? Aber mein Gott, das geht auch nicht Außerdem nur, weil wir die Mütze die ganze Zeit dominieren Bruder, nö Dann sollen sie in Runden ohne Gold gehen Zehn Gold Ich weiß Oh Einer kommt von oben Ich war eben schon in deren Base und fast, äh Äh, OP-Weg weiter, ne Jungs Die müssen unser Bett vielleicht da auch noch ein bisschen besser einflutzen Noch besser Warte, wo ist der Typ? Bruder! Was, was... Alter Der darf nicht unsere Chests luten, denk dran, ne? Alter, der Typ muss doch low sein, danke Boom, boom, boom Und immer so Das Band ist nicht der Kette Äh, hab ich schon Mach ich die ganze Zeit Äh, einer kommt durch, passt auf Oh ne Zestri, Junge Was ist los mit dir? Was gibt der für Hits? Brrrrr Zestri kommt durch, Achtung Und noch einer bei Nils Haben wir was nach M&T Spawn Trap oder nicht? Äh, noch einer kommt Ne, wir haben nichts am linken Dit is mies, wir haben nämlich gar kein Eis Jetzt sollten wir die Schwärter nicht suchen Ah, okay Der Lix hat bei Der war neuer Aufregung, da hab ich gesagt Nichts am Spawn Trap, wenn die mal lieber sind Oh ja Ja, weil auch ne E10 Anti-Spawn Trap war so, come on, Bro Wie bei uns ist btw noch Nils, ne? Jaja, ich hab den Anti-Spawn Trap jetzt mit Schwärtern vollgemacht Oh mein Gott, ich bin ne Runde gelaufen Es ist echt nicht meine Runde, Mann Echt nicht meine Der Typ will uns doch nur abfacken da oben Er will doch nur Zeit schinden Noch einer, Fuliku Schinden was, was? Er, der looted Er hat Anti-Er hat Spawn Trap gemacht Albert Wir sind im Spawn Trap, ja Ne, sind wir nicht Ne, sind wir nicht Der hat's verkackt Hab ich denn nicht Perfekt, du bist ein Gold Ey, die haben Gold gesaved, aber Das heißt, ein Bogen erwartet uns auf jeden Fall Hat er unsere Chests gelootet eigentlich? Das wär jetzt bitter Oh mein Gott! Maaan! Naja, die werden jetzt gleich über den OP-Weg einmal nen Take-Down versuchen 100 Pro Ne, Gold 2 2 2 3 3 4 4 5 6